Das letzte Mal, als ich hier war, kann ich schon erkennen, dass nicht alle von euch hier waren. Ich habe schon angesagt, dass wir diese Predigt in zwei Teilen haben. Ja, mit dem ersten sind wir schon fertig und jetzt kommt der zweite Teil dieser Predigt. Und sie heißt Einstellungen des Gehirns. Ja, wie die des Handys. Also ja, was soll das? Diejenigen, die schon das letzte Mal dabei waren, wissen ganz genau, dass wir es auch vergleichen und anhand der Einstellungen in einem Handy vergleichen mit dem, was wir in unserem geistlichen oder geistigen Leben haben können und das richtig entweder einstellen müssen oder wirklich etwas herunterladen als eine App. oder überhaupt benutzen können, was bis jetzt gar nicht benutzt wurde. Als Option steht das zur Verfügung, aber ich benutze das nicht. So ist das manchmal im Leben der Christen. Ja, wir sind überzeugt, dass es heute ohne technisches Mittel gar nichts geht. Ja, wir sind umgeben von allem, von allen möglichen Techniken und das ist wichtig. Ohne kann man sich das gar nicht mehr vorstellen und es gibt mehrere Forschungen heute schon. Also ich meine Hirnforschungen, ja, die sagen, dass die Kinder kommen besser zurecht mit allen technischen Mitteln als die Erwachsenen, weil die sich schon anderes entwickeln als die Erwachsenen, die in ihrer Kindheit das nicht zur Hand hatten. Ja, der Unterschied ist, also das heißt nicht, dass die Kinder dummer geworden sind. Das heißt nur, dass sie sich anderes entwickeln. Ja, und das ist irgendwelches Handy, ja. Uns war wichtig zu sehen, das letzte Mal haben wir vier Einstellungen geschafft, vier war das, ja, die wir wichtig fanden. Ja, uns war wichtig zu sehen, dass Ton und Lautstärke, wie ich heute rede, vielleicht für manche laut. Ja, dann kann ich schon nicht so laut sprechen, ja, bin ich leise gerade, kann man einschlafen. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht darum oder dafür dient, dass wir es nur jetzt benutzen oder ich als Redner hier, sondern dass wir in unserem Leben das völlig benutzen, wenn wir mit anderen Menschen sprechen. In verschiedenen Gesprächen uns befinden, ja, und auch die Menschen sind unterschiedlich. Und es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass wir diese Gabe zu sprechen nicht umsonst haben. Wirklich. Ja, dafür auch hier die Bibeltexte, die uns das geholfen haben zu verstehen, wie wichtig ist, ja, die Stimme richtig zu benutzen. Und vielleicht noch mit einem Bibeltext müssen wir also ja doch das vorlesen, in Sprüche 15, Vers 1. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn auflahmen. Ja, gut. Dann war es noch Display und Kamera. Wieso Display und Kamera? Wenn wir nur unsere Augen haben, also ja, wie Kamera. Also, welche Rolle spielen tatsächlich unsere Augen für uns? Ist das eher ein Display oder eine Kamera? Was ist, was meint ihr? Also eher Kamera? Wir nehmen was auf oder zeigen wir doch was? Ja, ihr wisst ganz genau, dass manchmal kann man auch von den Augen Informationen ablesen, was tatsächlich zu Inneren gehört. Nicht jeder hat diese besondere Gabe und tatsächlich ist das nicht immer möglich. Weil das gehört manchmal nur zur Miene. Also ja, und so sieht man aus. Und das heißt nicht, dass man automatisch böse ist. Oder der andere mit gutem Aussehen automatisch, ja, schlecht. Oder umgekehrt. Ja, der gut, der gut aussieht. Ja, und der andere böse. Ja, es ist nicht so einfach. Aber Display ist wichtig. Die Sauberkeit. Ich würde sagen, im Bereich von Geisten Reinheit in unserem Leben ist unheimlich wichtig. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir auch zeigen etwas und nehmen auch etwas auf. Und es ist wichtig, welche Informationen nehmen wir auf und dann weiter transportieren, sozusagen weiter. Ja, ob Sauber, ja, weil was konsumieren wir auch inhaltlich im Internet. Gut, das ist nur eine Zusammenfassung, die wir ganz schnell gehen. Aber das war wirklich interessant. Also ja, dann verpasst bitte nicht und kommt jeden Sabbat, ja, weil dann nur im YouTube und nicht mehr so live hier. Gut, ja, seht ihr also ja, dass der Punkt war relativ lang und wichtig für uns. Es gibt so oft nicht benutztes, ja, aber doch wichtiges Privatsphäre und Sicherheit. Man spricht darüber viel, aber wie man das anwendet für sein Leben, für sein geistliches Leben, ja. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es nicht so umsonst und es geht auch in der ersten Linie für unsere Sicherheit, wenn Gott etwas, ja, von uns entweder fordert oder uns anspricht. Und Gott sogar verspricht, dass ihm unsere Sicherheit unheimlich wichtig ist. Unheimlich wichtig. Und so, dass manche Schreiber der Bibel auch das ausgesprochen haben und sie sagen, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein hier lässt mich sicher wohnen. Ja, also manche verstehen sich, manche nicht, aber wenn ihr in eurem Leben diese Unsicherheit haben, dann kommt bitte zu Gott. Er kann das für euch schaffen. Und dann seid ihr und habt das in eurem Leben auch sicher. Gott wendet euch zu. Als Lektüre, und jetzt gucken wir, ob ihr das gemacht habt, habt ihr damals Psalm 139 bekommen. Wer hat es gelesen? Aha, okay, gut, danke, danke, sehe ich schon. Ja, vielen Dank da hinten. Ja, ich sehe von hier auch, ja, vielen Dank. Ja, das wollte ich damit zeigen, dass die Aufgaben wichtig sind. Vergesst das bitte nicht. Ja, und es gab, ja, es gab noch einen Punkt, Notfälle und Notfallhilfe. Das ist eine ganz schnelle Wiederholung, ja, damit ihr versteht, wo wir waren und wo wir gerade auch sind. Notfälle und Notfallhilfe. Hat jemand in seinem Leben überhaupt das schon mal benutzt? Auf der Autobahn zum Beispiel, im Wald, ja, in den Bergen? Nee, keiner, okay, gut. Und dann nächste Frage. Wenn ich das Handy oder ein anderes Mittel im geistlichen Leben, habt ihr das schon mal benutzt? Gab es Notfälle im geistigen Bereich? Gab es? Also, ich glaube nicht, wenn ihr schweigt, dass ihr keine schwierige und schwere Momente in eurem Leben nicht habt. Oder keine solche Momente. Also, ich glaube das nicht. Wir haben und hatten und haben unsere Tiefen. Ja, ja, ja. Wer hat uns geholfen? Ein Engel, ja, ein Engel. Vielleicht hat Gott einen Engel wie ein Mensch uns geschickt. Ja, so ganz realistisch, real und buchstäblich. Oder haben wir das in der Bibel gelesen? Oder haben wir zu Gott gerufen? Laut, im Schrei. Wie du, Christel, uns heute erzählt hast. Ja, so ist das. Und für diesen Notfall haben wir das auch in der Bibel. Herr, mein Gott, ich schrie zu dir und du hast mich geheilt. Du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sarg der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, und selbstverständlich vergessen wir nicht, dass Gott möchte, dass wir zu ihm rufen. Dass wir diese Nummer immer benutzen, Jeremia 33, Vers 3. Ja, bitte, ja, ruft Gott an, jederzeit, wenn er das braucht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt auch, und man erkennt, dass es auch sehr wichtig ist. Wer hat das nicht, also wirklich nicht mal erlebt? Ja, sie haben keinen Speicherplatz mehr. Bereinigt bitte. Macht die Reinigung, also ja. Bringt das alles in Ordnung, wie in der Wohnung, im Haus, auf dem Kunststück, überall, wo ihr so Unordnung habt. Aber wenn auch manchmal Ordnung herrscht und ihr erkennt, ja, das ist eine gewisse Ordnung, wenn alles so, die Wand, also die Wand entlang in meiner Wohnung so gestapelt mit unterschiedlichen Boxen ist. Ja, das ist eine gewisse Ordnung auch. Im geistlichen Leben ist das auch sehr wichtig, ja, eine Ordnung zu haben. Was passiert im Speicher tatsächlich? Es ist wichtig, ja, Informationen ordentlich zu speichern, darauf zu achten, dass genügend freier Platz vorhanden ist. Und sich von unnötigen Informationen zu befreien. Also, nochmals, damit ihr das nicht vergesst, obwohl das Bild hier von einem Hände ist, ja, könnte eventuell hier, also ja, ein Hirn von einem Menschen sein, ja. Es geht genau darum, wie es bei uns abläuft. Also, ja, das Handy und die Funktionen vorhandenen im Handy sind nur als Bild für uns. Eine Darstellung und dient nur dafür, dass wir daraus etwas lernen und für uns, für das geistliche Leben mitnehmen können. Gut, ja, es ist wichtig. Genau. Dann steht auch mal in Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sehr interessant. Was bedeutet das? Also, ja, selbstverständlich wissen wir schon ganz genau, die die Bibel studieren heute, ja. Das ist damals, war das Herz so ein Raum dafür, was Mensch heißt. Alles, was passiert, passiert im Herz. Das Wichtigste im Leben, was heute für uns wir sagen, ja, was ist da, also ja, da hast du keinen Herrn im Kopf. Ja, also, damals war das im Herz alles. Ja, wenn immer noch heute jemand sagt, also ja, ach, das schmerzt mir auch hier, ja. Dann seid ihr von der alten Schule, also ja, heute nur hier, nur oben. Ja, also, was bedeutet das? Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Also, das heißt, ja, wenn es schmerzt, was soll ich, also ja, bald Herantropfen nehmen, also ja, was bedeutet das? Vielleicht können auch Balterantropfen in manchen Fällen gut helfen, ja, in bestimmten Situationen sicherlich. Aber, man könnte eventuell die Antwort auch weiter in Versen 24 und 27 finden. Ja, guckt bitte also ja, was steht auch in einer anderen Übersetzung. Wenn ihr immer noch auch zu Hause mit einer Übersetzung nicht zurechtkommt und frage, bleibt offen, was soll das, was bedeutet praktisch? Nehmt euch einfach eine andere Übersetzung. Das heißt nicht bessere, überhaupt nicht, ja. Es geht nur darum, vielleicht seht ihr das unter anderem Winkel, in anderem Licht, ja. Und jetzt sehen wir das schon. Da steht, ja, in einer anderen, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wow. Gut erklärt. Vielen Dank. Aber nicht immer. Also ja, diese Übersetzung bitte auf keinen Fall für das Buch Offenbarung. Also heute waren wir im Gespräch. Ich habe selber geschaut, wie das in dieser Übersetzung steht. Nee, lieber nicht. Also Offenbarung ausgeschlossen. Ja, aber dafür, also für andere Sachen wirklich, auf jeden Fall. Es gibt auch andere Übersetzungen, ja, die auch sehr behilflich sein können. Ja, aber was findet man als Antwort auf die gestellte Frage? Was heißt das praktisch? Was bedeutet das für mein Leben? Und der weiße Salomo, ja, der wusste ganz genau, dass wir diese Frage stellen können. Und er gibt die Antwort. Lasst uns gemeinsam lesen. Verbreite keine Lügen. Vermeide jede Art von falschem Gerede. Halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist. Und gehe geradlinig darauf zu. Wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht vom rechten Weg ab. Sehr schön. Schau weder nach rechts noch nach links und halte dich vom Bösen fern. Wow. Vielen Dank, der Salomo, dass du das uns erklärt hast. Und das haben wir immer noch in der Bibel. Also ja, aktuell. Aktuell. Sehr modern. Wer kann das nicht bestätigen? Unglaublich. Unser Kopf, in dem sich unser Gehirn befindet, ähnelt einem Behälter, einer Box. Genau wie eine Wohnung, ein Zimmer. Wer ein Zimmer für sich hat, wenn er heute, ja, jetzt bekommt er eine praktische Aufgabe. Kommt heute rein in das Zimmer, schaut euch das an und dann sagt, hm, jetzt sehe ich, ja, was nicht auf einem richtigen Ort platziert ist. Ja, das muss ich umstellen, ja, das geht weg, hier herrscht Unordnung und so weiter. Macht bitte so eine Einschätzung, ja, eures Raums, wo ihr seid. Aber genauso auch unser Kopf oder Herz, die, ja, die von der alten Schule, ja, seid ihr. Alles hängt davon ab, was wir dort hineinlegen. Wenn es Abfall oder Müll ist, dann verwandelt sich der Behälter in einen Mülleimer. Ja. Wenn wir etwas Wertvolles, Nützliches, Kostbares hineinlegen, wird der Behälter zu einer Schadztruhe. Ich glaube, das kennen alle Ärzte, die in ihren Praxen auch solche Schadztruhen haben für Kinder. Falls die Kinder unruhig werden, ja, guck mal, ich habe hier was. Ich kann das auch damit vergleichen, was Gott für uns hat. Werden wir unruhig, er öffnet für uns dieses Buch und sagt, guck mal, ich habe für dich was. Lies das durch und das hilft dir auch, diese Tage zu überstehen. Das schaffst du schon. Ja, und dann verwandelt sich auch ein Mensch in so ein wertvolles, kostbares Behälter, eine Schadztruhe. Wenn? Wenn es um etwas Wertvolles, Kostbares und Nützliches geht. Also alles hängt davon ab, was wir dort hineinlegen und was wir in den Tiefen unseres Gedächtnisses behalten. Also, Groll, Stolz, Hass und etc. aus dem Team. Oder im Gegenteil. Wir befreien uns davon, wie von unnötigem Kram. Jeder von uns kann also darüber nachdenken und sich daran erinnern, was er in seinem Speicher behält und möglicherweise das finden, von was er sich schon lange trennen sollte. Und wieso? Um Platz für etwas Wichtigeres, Wertvolleres und Nützlicheres zu schaffen. Ja, einer meiner Kollegen wurde zufällig Zeuge, jetzt kommt wahre Geschichte, ja, wahre Geschichte. Einer meiner Kollegen wurde zufällig, aus reinem Zufall, Zeuge eines traurigen Ereignisses. Im Nachbarhaus bemerkten Nachbarn, dass eine Frau schon lange nicht mehr aus ihrer Wohnung herausgekommen war. Sie konnten nicht genau sagen, ob sie zu Hause oder weggefahren war. Und da aus der Wohnung ein sehr unangenehmer Geruch trank, beschlossen sie, die Wohnung zu öffnen und vor Ort alles zu klären. Ja, das könnte alles Mögliche sein. Die wussten ganz genau, dass Frau auch ein paar Katzen hatte. Ja, keine Ahnung, vielleicht wegen Stromausfall, auch kommt das aus dem Kühlschrank. Also viele Gedanken waren auch da im Laufe. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Ja, irgendwie, also ja schon geöffnet, aber schließlich nicht öffnen. Sie mussten sie aufbrechen, da sie von ihnen blockiert war, von ihnen blockiert. Als die Tür geöffnet wurde, bot sich ein schreckliches Bild. Direkt hinter der Tür, direkt hinter der Tür lag die Besitzerin der Wohnung. Von Gegenständen völlig bedeckt. Die gesamte Wohnung war bis zur Decke, bis zur Decke mit alten Sachen und Rödel vollgestopft. Man konnte nur seitlich durch enge Gänge gehen. Ein zufälliger Einsturz im Flur führte zum Tod dieser Frau. Sie konnte sich unter der Last nicht einmal bewegen oder um Hilfe rufen und starb direkt hinter ihrer Wohnungstür. Schreckliches Bild. Aber eine Darstellung auch für uns und Warnung. Hm, vorsichtig. Ich bin kein Mülleimer. Ich bin etwas Wertvolles und Kostbares. Wir kommen zum Punkt 6. Ja, Sprache. Oh, wir waren schon teilweise dabei, aber nur mit Ton. Mit Sprache immer noch nicht. Wie wichtig ist die Sprache? Die Einstellungen gibt es noch. Also kann man alle möglichen Sachen einstellen. Wie wichtig ist es, die Sprache im Smartphone für Kommunikation richtig einzustellen? Haben Sie bemerkt, dass wenn Sie Text eingeben, der Editor, also ein Redaktor, in Ihrem Telefon manchmal automatisch Wörter einfügt und nach eigenem Emessen bearbeitet? So hieß es früher diese Funktion T9, glaube ich. Ja, oder irgendwie. Egal wie. Und dann seht ihr also, wenn die Nachricht schon weg ist, was war das? Manchmal scheint es mir auch, nicht nur mir, auch wenn ich mit anderen so nachrichtmäßig kommuniziere, dass drinnen ein ungebildeter und sehr unhöflicher Assistent sitzt. Sie haben sozusagen mit offenem Herzen und gutem Willen geschrieben und er hat alles ruiniert. Es stellt sich heraus, dass diese Einstellungen auch eine wichtige Rolle in der Kommunikation spielen, damit wir richtig verstanden werden. Die Sprache sollte verständlich sein und wie es zum Beispiel auf YouTube geregelt wird, sollte die Rede sauber und frei von Beleidigungen sein. Wenn es schon so im YouTube ist, dann selbstverständlich schon auch unter uns. Selbstverständlich. Vielleicht war das nicht immer für jeden selbstverständlich, aber dafür diese Regel. Wir haben heute über das Gesetz gesprochen und haben festgestellt, ohne Gesetz herrscht die Anarchie. Es gibt keine Sicherheit und keine richtige Freiheit ohne Gesetz. Wir auch ohne diese Regel, was die Sprache angeht. Was bedeutet das auch für uns? Warum hat der Herr den Menschen überhaupt eine Sprache gegeben? Das war auch nicht umsonst. Lassen Sie uns gemeinsam die Einstellungen für unsere Sprache wählen. Die Antwort können wir auch hier teilweise ablesen in Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, gib mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Ach, lieber Gott, dafür! Ich wusste das doch! Und das steht doch in der Bibel. Ja, Jesaja 50, Vers 4. Hm, vielen Dank! Noch etwas im Neuen Testament. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achtet auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lieben kommen. Vielen Dank, lieber Petrus. Auch der Apostel Paulus schweigt nicht. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was er sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Ach, danke, Paulus. Der Salomon sagt auch was. Überlege, überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Und noch im Psalm. Ja, halte du selbst meine Zunge im Zaum, damit kein schlechtes Wort über meine Lieben kommt. Das Problem ist erkannt. Wofür haben wir Zunge? Nur für etwas Gutes. Um die anderen zu ermutigen, zu trösten, diesen zu helfen. Und wofür nicht? Für alle andere, was Böses heißt. Aber es gibt auch Momente, wenn wir nicht in der Lage sind, wenn wir nicht in der Lage sind, uns daran zu halten. Und dafür ruft den Herrn an und er hilft. Er hilft, die Zunge im Zaum zu halten. Update. Ihr habt das schon festgestellt, dass Update sehr wichtig ist. Ohne Update für Technik geht heute nicht. Also doch einigermaßen. Aber ja, mag sein, dass es nicht mehr so kommuniziert, nicht richtig. Ja. Und natürlich könnt ihr sagen, dass es manchmal nutzlose Updates gibt. Ja, kann ich auch bestätigen. Aber das ist nur was für die Technik und nicht was für die Menschen von Gott kommt. Gott bietet uns heute an, Update zu machen. Mach doch Update. Mach das regelmäßig. Wenn es doch für die Technik da ist und sogar die Funktion, also ja, lieber immer anzuhaben, ja, das ist wichtig, dann seid bitte bereit, im Geistlichen und Geistigen Update zu machen. Es ist wichtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In Epheser zum Beispiel 4, 23 lesen wir, ja, und erneut euch in eurem Geist und Sinn. Erneut euch in eurem Geist und Sinn. Sagt uns Luther in seiner Übersetzung. Gut. Was heißt das? Vielleicht noch etwas. Ja, da kommt noch eine Übersetzung. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Vielen Dank. Vielleicht noch etwas kommt, Gutes aus Genf zum Beispiel. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. So viele Fazetten. Und das hilft uns wirklich zu verstehen, dass es wichtig ist. Diese Erneuerung für Christen ist unheimlich wichtig. Vergiss das bitte nicht. Warum brauchen wir überhaupt das? Ja, schließlich wurden wir einmal getauft und das Update hat bereits stattgefunden, oder? Irgendwann. Vor 30, 20 Jahren, vor einem Jahr, vor 5, vor 10 Jahren. Also reichte das aus für das ganze Leben, wenn wir auch für diesen Baum, wenn sogar der Baum so viel braucht. Und zwar jedes Jahr, auch im Winter, nicht nur im Sommer. Wie viel brauchen wir? Welche Veränderungen kommen doch mit allen Ereignissen unseres Lebens? Und ob wir für alle diese Veränderungen bereit sind, es steht manchmal fest, nicht immer, nicht für jeden Fall. Vielleicht braucht das Gerät Update. Es gibt einen Weg, der einem Menschen Recht erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes. Vergiss das auch nicht und entscheidend ist hier, wie für uns immer so subjektiv erscheint. Sehr subjektiv. Erscheint es hier ein Schlüsselwort. Verlasst euch bitte nicht auf eure Gefühle im geistlichen Bereich. Gerade deshalb heißt es in Epheser 4, 23, ja, was wir schon gelesen haben, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Weil die Maßstäbe und Wege dieser Welt ganz andere sind als die von Gott. Ja, und nicht die Gefühle, sondern die Erkenntnis hat Vorfahrt. Deswegen Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. es gibt noch etwas, aber ja, ich sehe, dass ihr schon müde geworden seid, aber ich kann schon sagen, das ist das Letzte von mir aus, aber nicht von eurem Handy. nützliche Ratschläge und neue Funktionen. Ich habe nur vor kurzem erfahren, dass es überhaupt sowas gibt. Ja, ich habe mich recherchiert und gesehen, boah, da gibt es was auch in meinem Handy und ich wusste davon nichts. Es konnte mir schon jahrelang helfen und ich habe das nicht wirklich benutzt. Und dann dachte ich, Moment mal, wenn es so in meinen Händen ist, vielleicht genauso, wenn wir das so auf das Geistliche übertragen sagen, für uns auch. Vielleicht gibt es etwas, irgendwelche Ressourcen noch, die wir noch gar nicht benutzt haben. Wenn sogar ein Handy hat das. Nützliche Ratschläge und neue Funktionen. Und vergiss das auch nicht, wer regelmäßig gastliches Update hat, der bekommt neue Funktionen und Ratschläge. Ja, das ist wichtig. Also, die Einstellung ist wichtig, nicht nur für das Handy, für ein Tablet oder andere Sachen, sondern auch für einen Menschen, für dich, für mich, für jeden. Vergiss das nicht. Ja, also, manchmal ist die einfache Wiederholung eines schon bekanntes Themas schon hilfreich, wenn es nicht um was Neues, aber trotzdem, ja, es ist sehr wichtig, nicht zu vergessen, was gesagt wurde. wieder, zum Beispiel hier im Joshua 1, Vers 8, sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach innen ausrichtest. Dann wird dir alles, ho, alles gelingen, was du dir vornimmst. Ich denke, das ist kein leeres Geschwätz hier. Das ist was Ernsthaftes. Es ist, als ob man ungenutzte Ressourcen für ein spirituelles Wachstum und eine Erweiterung des spirituellen Horizonts aktiviert, um zu versuchen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Falls die Ressourcen schon nicht mehr vorhanden sind, sagt der Herr in Jeremia wieder 33 Vers 3, ruf mich an, ruf mich an. Also, liebe Geschwister, liebe Gäste, wenn meine spirituellen Einstellungen, ich meine jetzt jeden gerade, nicht nur mich, in Ordnung sind und die von jedem Mann in der Kirche, können wir ein anderes Leben führen, können wir unseren Mitmenschen besser helfen, in verschiedenen Situationen adäquat zu reagieren. Unser geistiger Zustand wird von ganz anderer Qualität sein. Unser Einfluss auf andere in der Familie, auf die Arbeit, in der Kirche wird ebenfalls von anderer Qualität sein. Es wird eine gute Atmosphäre im Haus geben. Das Leben meiner Kinder und Enkelkinder könnte sich anderes gestalten und überhaupt werde ich einfach das Reich Gottes erreichen. Du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Zum Schluss. Es gibt Momente im Leben, in denen man nicht mehr weiß, wie es weiter geht. Und ich weiß ganz genau, ganz genau, dass unter uns heute auch solche Menschen gibt. Dann könnte man auf einen besonderen Dienst zugreifen. Remote Desktop. Das bezeichnet den Fernzugriff auf den Desktop eines Computers. Und dabei werden Anwendungsprogramme auf einem Computer ausgeführt und auf einem anderen Computer dargestellt und bedient. Jesus sagt kommt alle her zu mir die ihr euch abmürt und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir denn ich gebe behutsam mit euch rum und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut dann findet ihr Ruhe für euer Leben. das Joch das ich euch auflege ist leicht und was ich von euch verlange ist nicht schwer zu erfüllen. Mögen diese wunderbaren Einstellungen ein echter Segen und ein Geschenk in unserem Leben sein. Amen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst und auch für dein Wort. Wir danken dir auch dafür, dass du uns so wunderbar geschaffen hast. Wir sind so kostbar für dich, dass du für uns auf dieser Erde gestorben bist, aber auch für uns auferstanden. Und wir danken dir dafür, dass deine Liebe und Gnade dürfen wir auch jeden Tag uns Leben erfahren. Und wir beten gerade um dein Segen für jeden, der heute im Gottesdienst da ist, für jedes Kind, aber auch für den Erwachsenen. Besonders für diejenigen beten wir, die jetzt gerade keinen Ausweg sehen und warten auf eine Antwort von dir. Auch wir als Gemeinde brauchen deine Leitung und Führung und dass du uns auch die Antworten auf unsere Fragen gibst. Lieber Herr, wir brauchen dich überall, wo es auch um die Einstellungen unseres geistliches Leben geht, dass wir alles richtig machen und nichts falsch. Deswegen bleib bitte bei uns mit deinem Frieden mit deiner Ruhe, mit deiner Liebe und mit deiner Gnade, wenn es doch etwas schief geht. Aber auch dann rufen wir zu dir um Hilfe und Vergebung. Komm bitte. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.